Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft Together! Mit mir, Glut, und... ...Iko! ...und... ...Lennar! Ja, wuuu! Er ist das erste Mal dabei, weil ich die eine Aufnahme gelöscht habe. Wer ist? Wer ist? Wer ist? Ja, wer ist? Ja, wer ist? Ja, wer ist? Er ist... Doch, er war bei mir schon bei Portal dabei, stimmt doch! Ey, ne, ich meine das jetzt nicht... Ja, ich weiß, dass man einfach war ja noch nicht mehr. Das ist jetzt nicht immer dabei, also nicht immer. Er wird nicht zündig. Was ist los? Was ist los? Ich kriege hier keinen Tür, Leute. Ach, oh, toll, oh, toll, da muss ich dir jetzt OP geben. Machst du da schnell? Wow, Kinder, schnell, bei Krieger. Kannst du gar nicht? Äh, schon. Bis zum Glück... Wie eben bist du wieder am Haus gestor... äh, bist du am Haus gestorben oder in der Nähe. Oh, meinst du, das ist abgestimmt. Skid, ey, komm! Will mir auch mitmachen! Oh! Ich hab ja theoretisch. Was ist das, Skid? Ey, ich bin an... Ich bin in Freiheit, hallo! Fleisch, 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 Toll! Ey, was geht denn? Ey... Dann gib ich dir mal schnell OP's. Ich weiß noch. Na, hab ich nicht. Ich hab jetzt OP's. Was? Ich hab jetzt OP's, Leute. Hey, was? Äh, siehst du? Was? Nein, nein, jetzt nicht so früh schon. Ich hab jetzt OP's, Leute. Seine sollen hören sich... ...die Türen so anders an. Ach, keine Ahnung. Seitdem man den Server abgedatet hat. Ey, das geht dann mehr. Ich hab, äh, abgedatet. Mö. Deswegen hören sich die Türen nur an. Die Kiste nur jetzt an. Das finde ich jetzt nicht genau aus. Ey, ich bin bei deinem... Äh... Das krieg ich jetzt aber nicht mehr aus. Tum' grad. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt in einem Dreckhaus, Nico. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Dreck aus oder so? Äh, ein bisschen, du bist doch gar nicht. Ist doch klar, dass ich schon ein bisschen weitergegangen bin. Hallo. Fred. Hallo. Hinter dir. Oh, hi. Kohle kannst du dir von Ofen nehmen, Lennart. Aber... Ne, alles nicht. Das muss ich selbst holen. Also ich darf mir jetzt ein... ...Kohledings rausholen. Kein Kohledings, nur ein paar. Nicht alles. Und die Hälfte? Ja. Die Hälfte, ja. Die Hälfte von einem Ofen. Von einem Ofen. Von einem Ofen. So. Wie ne... Bei manchen Ofen sind ja... ...ein kompletter Stick drin. Dafür sitzen wir mehrere Parts dran, um so viel Kohle zusammen zu bekommen. Oh, scheiße. Scheiße. Man fällt es dann nicht kaputt gegangen. Aber warum schlägst du mich? Ich... Ich glaube, ich darf das sein was nicht. Die sehen wir auch beim Basis damit. Das ist sehr cool und so. Sind wir nicht ganz nah bei der ersten Basis? Oh, Kohle. Die erste Basis ist zufällig, weil sie das, äh, ja, das ist ja was aber noch nicht benutzt wurde. Ne, die erste... Oh! Jetzt weiß ich auch, wie du da hinkommst. Ich seh mein Cobblestone von früher. So, früher, Geld da. Musst du's? Ja, so in etwa, kann man sagen. Ich bin Cobblestone! Oh! Ouch. Oh, das hat ein bisschen Damage gemacht. Ja, ehrlich, wie viel Kohle ist hier denn noch? Das geht mir sogar noch auf dem Chaos. Ja, wir finden hier die Kohle über... So was sagen, wir finden zu viel Kohle. Ja, ja, ist so. Wir würden wie Kohle in Gold messen, wären wir reich! Kriege ich, wenn ich sie sind, sind schwer. Ja, du kannst den schwer kraften. Ja, super, danke. Nein, ich habe drängende Kohle. Ist ja nicht so, als ob wir, äh... Ich und Nico kennen ja zufällig die Karte, und wir haben so viel Wald... Wir haben hier, wir haben hier, wir haben hier mal eine Karte. Das ist das sehr gut. Ich will nicht, warum habe ich keine Karte? Ach ja, die Karte habe ich glaube ich zuhause gelassen. Die haben... Die haben... Ah, das ist ja schon, ich will die Karte. Äh, wenn dann eine Karte liegt, was ist die in der Kiste drücken? Ich gehe mal kurz in die Hörer. Kannst du... Kannst du... Nein, kannst du vielleicht schon... Kannst du vielleicht schon... Ja, wir haben beide Karten bei uns. Wir haben die doch ab Wir haben die doch extra abgelegt Ja, das hört sich ja ekelhaft an der Sound Hey, ich hab'ses voll gesehen Gucken wir mal Gucken wir mal in Unund... Tum Ich nehme mal das wichtigste Mit- und Geh nach Haus Warte, warte mal was und ich bin mal kurz geh doch raus, dann auch noch aus Minecraft die Sonne geht auf, der Feind aller Monster ich seh sie und der Creeper der hat am Leben ja ja ich bin wie soll man das sagen wir sind nicht weit vom Haus entfernt eigentlich wenn du beim Haus stehst, diese Nesse wegbrennt in diese Richtung müsstest du gehen wir sind gerade in der Spalt am erkunden ich werde auch gleich kommen, dir alles zeigen ich brauche jetzt noch was zum Futtern Futtern in der Nahrungskiste das kriegt man freigestellt Futter kriegt man freigestellt da wir eine Farm haben eine Autofarm das cool ist wo musste ich wo kam denn Nico nochmal her ich muss nach oben bin eben ja das wissen wir auch wo die die kann ich mir jetzt schon eine Angel basteln na ich hab mir noch stimmt ich hab noch nie geangelt selten war das bei die die ist im Keller was die wow das sind so viele Kisten also das ist dein schweig und da ein Pfeil stimmt's was neben der Kiste steht mir um ja eigentlich schon ein drin nur für Farmer ich glaube das gesamte Gerüse was du anbraust ist jetzt erntereif ja wenn es erntereif ist musst du einen Schalter betätigen oh weil ich cool bin ich bin ganz alt ja da wo der Schalter ist ich hab's zumindest ich hab keinen zweiten Schalter hingebaut zumindest kann ich mich nicht dran erinnern ich steck mich jetzt hier hoch ich will hier was gucken warte ich pflanze noch mal neu ja ja pflanzen musst du immer neu zumindest darauf bestehen wir wenn du schon alles am Ende bist jetzt muss man auch wieder neu einpflanzen das will die Produktion auch irgendwann ausgehen kommt ganz viel Gold nach Hause ganze elf stück ja 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 ist das relativ viel zu tun fast mehr als 60 Stück Eisen ja schon ich bin mir gelesen dann muss das leisten dass wir um schon Eisen Sachen da nehmen dürfen die Karte die Karte die Karte die Karte die Karte die Karte ja ich hab ich hab's schon mal ich hab ohne Ende geschlachtet ich hab's ja das geht am besten mit dem Schwerter wenn man rennt ne das ist sowas von ja das macht Quiddamage ich hab das beim Spring beim Spring beim Spring ist die mit einem Schlag weg ja das kommt aber auch immer drauf an was du ein Schwerter nimmst also bei Eisen also Achtein geht das schon ja ab äh Eisen machst du ja schon wonit wenn ich mich nicht täusche ja wenn ich mich das schon ne ne ich meine mit einem normalen Stand musst du auch nicht machen da hab ich schon wieder Probleme mit dem Internet das sogenannte Internet du brauchst sogar noch Kies auch ach boah Mädchen reden so lange haha das ist ja auch jetzt 3 Stunden tot quatschen Nico aus aus dem Stein ne ich meine nicht dass er uns auf stumm hat er hört was wir sagen hab ich recht er hat sich auf stumm gemacht würde ich auch machen ähm machen wir doch auch immer ich brauche jetzt etwas Holz dann hast du mal bitte sofort eine Holzachs Axt konntest du die glaube ich nehmen? da müsste ich noch ne Stein haben warum ne Holzachs und das komm es doch du hast dir auch nehmen wieder da wir haben gerade diskutiert was hast du hast du nur du hast dich doch nur auf stumm gestellt uns konntest du doch noch hören ja aber ich hab äh hälte auch abgelegt ja deshalb siehst du also nicht ich hab telefoniert da ey man ich muss mir jetzt als mal die Tür oder so zu gewöhnen die die Hälfte die Hälfte die Klaft an wirkt nicht ich will es ist ich will es ist die 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 auf jeden Fall du musst die 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 einfach die meine die 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 ja sie die nächste Schmiede lief den daran, weil ich mir die gerade ungefähr 50 Mal auf dem Zug gemacht habe, aber naja, gewöhnt man sich dran. Was meinst du? 64 Kohle und 27 Leicht? Ich hab den Zombie gefunden! Trinke jetzt mal! Ja, ruhig Brauner, ruhig! Für die Karte müsste ich gleich einen Cut machen! Wie kannst du denn? Ach, ich hab den Kompass noch mit, super! Wo war der Ausgang? Hier ist Wasser, das ist hier, das heißt, Christian Barscher! Äh, sie schämen! Nur überall, wo Wasser ist, überall, wo Faket sind, überall, wo Faket sind, war Christian Barscher! Denn wenn wir gerade so nahe, wir werden jetzt erstmal neue Reingang sind, wenn du da vor die Faket sind, die da umdrehen und was da alles erfolgt, bei Christian Barscher! Ja, wir haben bis jetzt noch keine Ruine entdeckt! Ja, weil, wir haben bis jetzt noch keine Ruine entdeckt! Wir sind dann so in einer riesigen Spalt drin! Ja, aber, die war etwas klar, wir haben eigentlich noch nicht und zuerst Mühe komplett erforderlich! Nein, ich meine, 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 dass wir noch nicht komplett erforderlich sind! Ja? Vor allem, zumindest ist die Art höhere Schalt, äh, die, äh, eine erste Schalt, ziemlich viel ausgeleuchtet, zumindest! Oh, ich hab die dunkle Wege gefunden, das gibt ja immer, das gibt ja immer ganz, ja! Erfolg bekommen! Er ist schon fremd, eingeschaltet! Ein Weg, den Christian noch nicht gefunden hat! Und er dunkle, äh, dunkle Sackgasse! Wer denn alle? Heißgenette! Bei! Ja! Sollen wir die Sack unten drinnen lassen? Nee, ich hab die schon, ich hab voll viele schon mitgenommen! Ich hab jetzt die wichtigsten Sachen, hab ich jetzt mitgenommen! Ich geh auch jetzt nach Hause aus! Ich wollt auch raus, sonst gibt's TV! Nee, darauf hab ich jetzt echt keinen Bock, irgendwie zu teleportieren! Wenn ich, ich hab jetzt hier noch Kohle und Eis gewonnen! Also, da ist gerade irgendeiner, die hat Unternehmer, weil er so viel ist! Wenn es, kommt drauf an! Nein! Es kann nie sehen! Irgendeiner guckt nach oben, seht ihr da drückliche Namen? Ich guck nach oben, ich seh da gar nichts! Ich auch nicht! Das ist meistens so, man, nach oben kann man den Namen nicht erkennen, wenn man von unten drauf guckt, ist was anderes! Das war doch auch bei, äh, mir und Nikos so, wo er sich runtergedraben hat, weißt du doch noch, Niko! Ja, ja! Ja, da konnte ich sein Namen auch nicht sehen! Ich werde noch und, 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 und was? Da, solltest du das Brave mitnehmen?! Wenn, wie... Den großen, und die crafting-tell, lass dich hier und die Bände mitnehmen! Nee, ich hab wohl wohl am Ende gesammelt da! Gelernt, Brave oder Bände mit? Ja, das Bände darfst du dir auch machen! Ja, schön, ich hab doch kein Schade geworden! Ja, schön, ich hab doch kein Schaden geworden! Hm. Was macht eigentlich nach dem Schwert am meisten der Mensch? Nach dem Schwert, man... Schwierig ja das ist die mit Nr ich bin ich bin so wichtig ist und ja ganz genau alle Lernstunde und so was kann ich beweisen ich kann mich nicht daran erinnern Nr aber ich bin auch bestimmt oben ich muss ja noch in die andere Kiste von uns im ersten Lager trotzdem finde ich es ein da hat wir haben ein bisschen ja das ist Prozent und mit mir zu Hause Zeit ist klar dass ich in der Nähe bin ich bin ja nun ich bin ja schon am Spalt ich bin schon am Anfang er ist Grünzeit gewachsen auf der Erde die besetzt hast gut wo geht mir den Sitzungen ganz gut bin auch noch Haus ab da auch da ist das Bild im Jahr wenn ich auch noch vor allem nicht das bei mir das da hat er zu tun da war er in der Kürze